Hallo Leute, hier ist wieder euer Mario Kavien und willkommen zurück zu einem neuen Part. Kaiser Mario Galaxy 2 mit Rainbow Stars. Es geht weiter in der Pixel Mario Galaxy. Mit Regenbogenstern Nummero Uno. Wenn ich nur noch wüsste, wo ich den platziert habe. Ach stimmt, den hatte ich hier platziert. Ja gut. Ich weiß aber nicht mehr genau wo. Ah, hier. Alles klar, ich hab ihn wiedergefunden. Mann, man kann doch da irgendwie Wolts leiden. Wahrscheinlich geht das nur an dem Gift, an dem Schlamm gedöns da. Irgendwie hat gerade Ton aufgehört, kurz bei mir. Ich weiß nicht. Ich sehe nichts. Hör doch auf, du Kamera! Na, endlich! What the fuck? Was ist das? Regenbogenstern 32 und 3 sind bei dem Kometen. Ja, einen sieht man schon da hinten. Warum muss da jetzt unbedingt ein Cosmic-Clone kommen? Ich hab die Lava nicht berührt. Ich hab ihn nicht bekommen! Warum mach ich das? Danke! Das gleiche ist nochmal da! Danke! Das ging viel schneller als der andere. Auf in die Rückblende-Galaxie! Yay! Okay, man konnte einen schon sehen. Den dritten jetzt auch schon. Einen zweiten wird man niemals sehen können. Ich hab ja so hart vergessen, dass man ja hier nicht wirbeln kann. Alter, what the fuck? Nein, so knapp! Let's go! Das hat gar nicht mehr so lange gebraucht, wie ich gedacht hatte. Ah! Das war auch viel schneller als ich gedacht hatte. What the hell? Dritter Versuch. Nein! 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 Ich bin durchhendurch. Nein! Aaaaaaah! Nein! Warum longjumpst du? Bam! Endlich! Man. Nie wieder. Weiter geht's! Hören Sie zur Erinnerung! Man kann einen hören, keinen sehen. Alles klar. Der Treffer war so unnötig wie sonst was. Das Beste ist, man kann einfach wieder schütteln. Und das war ein First Try! Nice! Bumm. Ja. Bam, 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 bam. In diesem leckeren Donut ist eine Rainbow Star. Das war knapp, aber nicht geschafft. Ich weiß nie, wann der den Dings macht. Ja, jetzt hat er es nämlich nach dem zweiten schon gemacht. So. Jetzt nach dem dritten erst. Jetzt wieder nach dem dritten. Jetzt nach dem zweiten. Du kannst mich auch machen. Danke. Mann. So. Da ist der letzte Rainbow Star. Und ich habe letztendlich keine Ahnung, wie ich herankomme. Ich glaube, ich habe das irgendwie langsam gemacht, so. Ich glaube, ich habe das irgendwie langsam gemacht, so. so. rót das runter ja 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 Nein Na endlich So und damit bedanke ich mich für das Zuschauen und ich hoffe es dir gefallen, wenn ihr nach so gerne ein Like da und vielleicht sogar ein Abo und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao! Bis dann!